Bekomme ich auch die Rentenerhöhung 2022, wenn meine Rente genau am 01.07.2022 beginnt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wieder eine Anfrage zum Thema Rentenerhöhung 2022 auf rentenbescheid24.de. Hallo, mein Rentenbeginn ist der 01.07.2022. Bekomme ich auch die Rentenerhöhung 2022? Ich habe meine Rente am 05.07.2022 beantragt und die Rentenversicherung hat sie am 04.07.2022 genehmigt. Rentenbeginn ist der 01.07.2022. Wie gesagt, ich bekomme ab dem 01.07.2022 meine Regelaltersrente. Sachverhalt ist wie immer leicht geändert, auch keine Namensangaben der Anfrager. Erst einmal Gratulation für Ihren Renteneintritt. Hoffentlich sind Sie gesund und munter. Und wenn ich es jetzt ganz genau machen würde, würde ich sagen, nein, Sie werden die Rentenerhöhung nicht bekommen. Denn die Rentenerhöhung bekommen an sich nur die Bestandsrentner und Sie bekommen ab dem 01.07.2022 schon Ihre Rente mit den neuen Rentenwerten, also den ab dem 01.07.2022 geltenden Rentenwerten berechnet. Deswegen, wenn man es genau nimmt, bekommen Sie die Rentenerhöhung nicht ausgezahlt, sondern Sie kriegen ja Ihre Rente schon mit den neuen Rentenwerten berechnet. Also mit dem Rentenwert West 36,02 oder mit dem Rentenwert Ost 35,52 Euro pro Entgeltpunkt. Ich habe da so eine Idee. Schauen Sie doch bitte einfach mal in Ihren Rentenbescheid rein. Wir gehen davon aus, dass Ihre Rente mit den Rentenwerten zum 01.07.2022 schon berechnet worden ist. Das ist meistens immer der Fall, wenn Rentenbescheide auch schon im Juni, also vor dem eigentlichen Termin der Rentenerhöhung, ausgestellt werden. Da rechnet die deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger schon mit den zum 01.07. aktualisierten Rentenwerten. Gucken Sie einfach bitte mal in die Anlage Berechnung monatlicher Altersrente. Dort steht, mit welchem Rentenwert Ihre persönlichen Entgeltpunkte vervielfältigt werden. Ist es der Rentenwert 36,02 oder Rentenwert Ost 35,52 Euro oder vielleicht sogar in Kombination von beiden, dann erhalten Sie Ihre Monatsrente mit den neuen Rentenwerten. Wenn nicht, da wäre ich sehr erstaunt, müsste oder wäre ich sehr überrascht sogar, müssten Sie eigentlich einen Rentenanpassungsbescheid erhalten, einen neuen, was aber wegen dem Erstbescheid sehr außergewöhnlich wäre. Im Grundsatz dürfte die Rentenversicherung Ihre Rente mit den zum 01.07. 2022 geltenden Rentenwerten berechnet haben. Deshalb werden Sie im juristischen Sinne keine Rentenerhöhung bekommen, sondern mit den neuen oder mit den aktuellen Rentenwerten. Bitte prüfen Sie Ihren Rentenbescheid einfach mal nach. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.